Hallo, wir sind hier am Bahnhof Elsthal, wo gleich ein großes Eisenbahn-Waggon-Teil verladen wird, damit in Elsthal ein Café im Grün entstehen kann, wo sich die Leute treffen auf Kaffee und Kuchen und eine schöne Zeit haben und sich kennenlernen können. Hier ist der Waggon, ein großes Teil, das muss gleich direkt auf diesen Transporter verladen werden. Eigentlich soll die ersten Kran kommen, aber jetzt wird der Waggon auf die Plattform gezogen und dann morgen an den finalen Standort gebracht. Ich muss sagen, mit dem Teil würde ich um keine Kurve kommen. Ich bin gespannt, wie es jetzt gelingt, den Wagen auf den Hänger zu bekommen.